ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute schauen wir uns mal ein test video von der neuheit 2008 im needle discount an das ist die ultimate batterie mit dem kaliber 11 klingt jetzt nicht so fett groß ist auch eine ganz kleine fächer batterie mit 88 schuss schaut euch das ding mal einfach 99 ist nicht ganz so mein ding aber vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen von euch aber schaut mal selbst so so Untertitelung des ZDF, 2020